Fortnite? Hm. Also was ist dieses neu gehypte Spiel? Warum ist es so gehypt? Ah, es ist kostenlos. Das erklärt so einiges, aber wie finanziert es sich dann? Oh mein Gott. Äh, ja. Soviel dazu. Ähm. Hm, 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 hm. So ja, das wird doch was. Oh, boah, das ist lang, Alter. Okay, da waren jetzt automatische Systemeinstellungen, aber kann ich mich selber einstellen? Crap. Uh, es gibt doch eine Einstellungsmöglichkeit. Wille, fucker Fortnite? Nein. Ganz ehrlich. Yeah, ich lande. Hier ist zum Beispiel eine Kiste, lauf mal hier hin und mach die mal auf. Waffen. Mach die Kiste mal auf, Marvin, schnell. Ah, die Kiste, ja. Dass du, dass du das lernst. Krass, der Shit. Der Shit, okay. Hab ich. Ich trinke jetzt einen Trank. So, wie kann ich den jetzt, äh, trinken? Auf. Äh, du drückst, du, äh, haberst drüber, also halt mit dem Mausrad und drückst E. Äh, links links, sorry, sorry. Ah. Ja. Perfekt. Äh, was hast du jetzt für Waffen unten? Also ich hab jetzt einmal eine, äh. Okay, die ist schonmal gut. Ja. Jetzt kriegst du noch von mir die hier. Und die hier. Einfach mit E aufsammeln. Genau, perfekt. Schießen, zielen ist ja auch selbsterklärend, oder? Ja, ja. Ja, das stimmt. Das ist ne Shotgun, die nimmst du eher für nah, das ist ja auch, oder? Und das Stromgewehr hat logischerweise eher für weiter weg. Auch. Selbstverständlich, oder? Denk ja, ja. Denk schon, klar. Gut, und wie kann ich hier die ganze Zeit fahren? Ähm, dann mach mal jetzt Tab auf. Okay, Tab, ja, das ist die Karte. Dann siehst du die Zone, den weißen Rand. In der Zone müssen wir immer drinnen bleiben, außerhalb der Zone. Ja, in der Zone sind wir im Arsch. Ja, okay, ich hab schon. Ich hab schon gesehen. Also wir sind eigentlich perfekt. Wir können eigentlich, wir können ein bisschen... Du siehst ja auf der Karte meine Markierungen, richtig? Du kannst auch markieren. Ähm, ja, Moment. Ja, ich seh da ne Markierungen. Deine roten hier. Wir können ja jetzt mal... Ja, okay, dann laufen wir mal zu deinem. Ja, krasser Schild. Ähm, ja, was gibt's noch? Mit eher nachladen? Ja. Ja, standard. AKC ist bereits voll. Halten... Ja, Waffen... Der hätte auch roten. Let's see automatisch nach, wenn... Wenn die leer ist. Okay, gut. Let's see. Ähm... Was gibt's noch zu sagen? Oben siehst du die Zeit? Ja, keine Ahnung, einfach mal ein paar Runden. Läuft sich schon auf, oder? Ja, nämlich schon. Ah, okay. Perfekt. Also wenn ihr sehen wollt... Also wenn ihr... Also wenn ihr hier sein wollt, dann... Seid ihr auf jeden Fall nicht hier, weil ihr wissen wollt, wie das Spiel funktioniert. Ach man. Ähm... Jetzt zur Building Part. Wie kann ich hier was abbauen? Und das war ja auch... Das war ja auch das ganze was man hier machen kann. Weil wir sogar hyped haben. Okay. Ähm... Ja das würde wahrscheinlich für mich peinlich, weil die alle in den Kommentaren besser wissen als ich. Äh... Also... Für den... Für den, der sich jetzt auskennt, das mit dem Bauern, das lassen wir jetzt erstmal gleich später. Dein Eventar ist voll. Aber die Waffe ist eh scheiße, finde ich zum Beispiel. Die Verbände auf jeden Fall mitnehmen, weil die ja heilen dich. Hat er jetzt wieder abgelegt? Jaja, die finde ich zum Beispiel eh nicht so gut. Weil die EK hat noch. Ja, achso. Du hast das Stormgewehr. Hab ich vorhin, hab ich gesehen... Aber keiner bis zu 6 Sachen haben wir im Moment haben, oder wie? Richtig. Ähm... Ich hab gesehen du hast das Stormgewehr mitgenommen. Das ist eigentlich jetzt seine Hauptwaffe. Aber halt wenn ein Gegner direkt vor dir ist, würde ich schon... Schon gar nicht. Ja, krasser Scheiße. Ich hab ja einmal, einmal das hier. Dann hab ich das hier. Das ist das Stormgewehr. Das ist das Stormgewehr, oder? Ja, genau. Okay, gut. Okay, sehr schön. Ähm... Ja, und mit der Spitzhacke auf 1 kannst du Sachen kaputt machen. Ah, knoffig. Okay. Sehr interessant. Kann man alles kaputt machen, oder nur bestimmte Wände, oder? Ja, du kannst eigentlich alles kaputt machen. Auch räumen, ja. Was geil. Ja, das mit dem Bauen erklär ich dir wann anders. Ah. Hier unten geht eigentlich immer... Ja, genau. Da machst du alles zu Haus ab. Dann krieg ich Holz raus. Sehr interessant. Mhm. Hier unten geht eigentlich immer gut die Party ab. Ist so... So ein sozialer Treffpunkt. Da unten ist zum Beispiel einer auf... Ja, sie hat uns schon gesehen. Auf oben siehst du ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sag und du wurdest schon... Geh mal, mit STRG dukst du dich. Ja. Genau. Ey, du siehst ja oben die Anzeige N... Äh... 345 und so. Und da sagt man dann halt... Geht mir auf... 330. Okay, also dann weißt du, du musst mit deiner Maus so, bis du da drüber bist. Und wir kriegen einen geschenkt. Der ist fliegt recht. Lol, ich bin... Äh, 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 äh. Naja. Lol. Wie? Ich bin schon gestorben. Ja, ich bin auch schon gestorben. Beste Runde. Ja, ich bin einfach schon. Wir sehen uns gleich wieder. Markieren. Jaaaa. Okay. Wir sind über der Map nochmal. Jetzt, äh... Wenn ich mal kurz raus... Gehen wir mal hier hin. Siehst du einen Punkt? Ja, ich sehe deinen Punkt, ja. Okay, dann halt... Möglichst gut time im Rausspringen. Und dann... Oh! Ich spring jetzt raus. Und dann halt wieder mit W komplett nach unten. Uuuuuhhhh... Und Ende. So, Marvin wird jetzt dieses ganze Haus... Ich hab noch einmal sehen... Ob hier... Äh... Noch jemand kommt. Auge stumm. Es wird in 3 Minuten und 7 Sekunden. Wo bin ich? Wo ist denn da? Auge stumm. So, ich bin jetzt... Hilfe! Hilfe! Ich bin fast down! Ich hab vier Herzen. Wir sind komplett im Arsch. Ich sehe schon. Okay, ich bin weg. Nein! Ich bin down. Wo ist Michael? Nein! Ah, okay. Das geht zu weit weg. Okay, aber ich hab zwei Leute geholt. Okay, Krause erschütte. Ich bin auch im Leben. Das ist mir schade. Ich hab irgendwelche Waffen. Da liegt doch was. Sammeln zu haben. Ja, ich weiß. Ich hab dieses komplette Haus. Hier ist niemand. Ja, nein. Die Waffen aufsammeln. Da lag doch gerade was. Echt? Aber wir müssen eh drücken. Ich hab den Koffer abgeschossen. Ja, die Kiste. Nimm die Kiste. Die goldene Kiste. Da auch alles öffnen. Da ist kein Scheiß drin. Goldene Kiste. Ähm, ja. Zurück. Zurück. Warte. Warte. Da hat's die Kiste. Oh ne. Ist das denn die Kiste? Nein, das ist ein Koffer. Okay. Geh da hin. Ja, da. Die leuchtet sogar. Weil Leute bei mir ist da. Hä? Dreh dich nicht so schnell. Du gehst jetzt da. Danke. Du guckst sie an. Ja, da. Ah, die leuchtet sogar. Okay. Wie komm ich da rüber, Alter? Äh, du drückst jetzt mal F5. F5. Oh mein Gott. Kannst du bauen? Oder hast du keine Materialien? Ich hab hier keine Materialien. Na, scheiße. Ja, dann bau alles ab, dass du da rüber kommst. Keine Ahnung. Okay. Lass dir was einfallen. Äh, mit 1. Drück einfach 1. Und... Ach so, 1. Ah ja. Jetzt hab ich das Ziegel. Kann ich dann wieder bauen? Ja, jetzt kannst du nochmal F5. Vielleicht hast du so eine schräge Leiter da. Schräge Treppe. Irgendwie. Kannst du eigentlich... Ja, Treppe. Ja, Treppe. Achte mal ein bisschen drauf, dass hier keiner ist oder so. Kannst du das voll sehen? Äh, ne. Ich bin in deinem... In deiner Kamera auch gefallen. Ah, okay. Ja, bau noch ein bisschen was ab. Ähm, kannst du jetzt rüber? Äh, irgendwie... Äh, bin ich noch nicht ganz hier. Aber ich würde mich überhaupt nicht abbauen. Ja, dann bau einfach den Boden unter der Kiste ab. Ah, doch. So, jetzt... Jetzt kann ich bestimmt drauf bauen wahrscheinlich. Hm. Jetzt... Ah... Zieh. Äh, okay. Jetzt springst du die ganze... Das ist schon... Obwohl es noch nicht fertig gebaut ist. Zählt es halt als richtiger Block. Du kannst jetzt schon drüber laufen. Okay. Okay. Interessant. Ich werde jetzt nur eins drücken, und dann werde ich den Boden hier bauen. Nein, nein. Du springst jetzt rüber. Springen rüber. Ah, das kann ich auch machen. Moment. Äh, das war Shift. Shift und drüber springen. Oh mein Gott. Perfekt. Maren, mach das so perfekt. Hier ist E. Oh, geiler Scheiß. Oh, Alter. Genau. Den nimmst du auf jeden Fall in die Hotbar, oder den Drang nimmst du jetzt gleich mal. Okay, den Drang nämlich. Äh, du hast noch 3... Okay, dann drückst du Tab. Drück Tab. Okay, die Zone kommt. Ähm, drück mal Tab. Sonst sollen wir jetzt in die Zone wieder zurücklaufen? Ja, du musst in die Zone, sonst stirbst du. Ja. Also du siehst auch, oben rechts siehst du so einen weißen Pfeil. Der sagt dir, du solltest jetzt in die... Also oben an der Karte, siehst du das? Mhm. Der sagt dir, du solltest jetzt in die Zone, bevor das Unwetter kommt. Und du hast zwar noch 2 Minuten, aber trotzdem... Ich weiß nicht, wie weit du weg bist. Deswegen lauf halt mal... Äh, schon ein Stück, schon ein Stück. Da ist einer! Mach bitte! Am Bauch! Warte, 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 warte. Welche Wache, warte, warte, warte! Die equipmenten die da? Ja, die ist gut. Ja, die ist geil. Wenn du den mit... Ich glaub sogar, das ist mein Lieblings Waffe. Ich glaub sogar, du stärkst im Spiel. Ja. Also wenn du damit nicht wegmachst, auf die weite Entfernung am besten anvisieren und abdrücken und sonst im Saal, hast du nen Shotgun? Äh, ich weiß es nicht. Ich glaube ich hab'n einmal ne rote Waffe und einmal noch ne Handwaffe, glaube ich. Ja, ne rote. Wenn der ganz nah vor dir ist, nimmst du die. Da unten sind auch welche. Nein, dann fang mit denen noch keinen Stress an. Guck, ob du den... Lauf weiter runter. Versteck dich da an dem Baum mal. Ja. Genau, perfekt. Guck mal hier runter, siehst du was? Also du hast jetzt die stärkste Waffe im Spiel, mit der müsstest du auch nicht mal... Alter. Oh man, weißt du wie ich, ich hab' wahrscheinlich hier einfach mit der Schlechtel... Nimm mal den Drang. Du hast so'n blauen Drang, nimm den mal. Ja, hab' ich den nicht genannt? Nein, du hast kein Schild. Guck, jetzt siehst du gleich unten, jetzt hast du von Null... Null Schild. Fast 50. Ja, das war auch ein großer Drang. Jetzt hast du schon mal Schild. Jetzt kannst du halt... Ja, du jetzt renn, renn in die Zone, renn. Auf den schnellsten Weg, renn wirklich. Sonst stirbst du. Oh ja, ich hab' das mal gesehen. Oh mein Gott, bin ich am Arsch, ich bin richtig am Arsch. Oh shit. Man ist nicht so schnell wie die Zone, ich weiß es. Ich werde in die Zone reinkommen. Ja, okay, gut, da hab' ich jetzt auch ne 55 Sekunden, hab' ich nicht mehr drauf geachtet. Renn am Berg entlang. Rechtsrum, genau. Oh shit. Nice. Und da bin ich gleich durch. Ja, renn schneller trotzdem. Kann ich schneller rennen. Das ist ein Maximum. Oh fuck. Krass, macht sie schon dieses Einsatzzone und macht schon gut Damage. Schnell. Links am Baum vorbei. Okay, ich hatte das noch nie zum Beispiel. Noch nicht geschafft rauszukommen. Nein, noch nicht. Das ist mir noch nie passiert, weil ich hab' immer viel zu viel Angst vor. Das heißt Angst. Guck halt das jemand. Ist die Zone noch weit? Ich weiß es nicht, ich will nicht schauen. Ich bekenn's, äh, ich schaff' mir nichts. Ja, du machst auch die ganze Zeit Kurven. Du musst auf dem schnellsten Weg. Mach mir, du siehst ja oben. Riecht mal deine Maus. Ja, ich kann halt mir da unten irgendwie irgendwie runterspringen oder so. Das macht kein Damage. Nicht? Ne, ich soll jetzt genau auf dem schnellsten Weg auf. Oh shit, das könnte verdammt knapp werden. Problem ist, da ist ein riesiger Berg. Scheiße, wie soll ich da jetzt hochkommen? Äh, kannst du bauen, F5? F4, F5. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Irgendwas. Ja, schnell. Gut, 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 gut. Weiter, weiter, weiter. Ja, 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 spring! Oh, Alter. Du bist ja schon fast schon... Nein, nein, lol. Fuck. Ich hab in dem Wort, ich hab in dem Wort Pro Gamer gesagt, und der fällt runter. Ja, ist völlig schlecht. Aber ich kann aber noch eine bauen. Ich glaub's noch. Mit 22 HP. Alles klar, bis morgen. Jetzt recke ich erst mal. Liegen da Verbänder? Auf dem... Oh, Schüsse. Halt dich mal verdeckt ein bisschen. Waffe Equipment. Den Drang nehmen. Boah, das ist einfach nice. Aber der tut halt nur dein Schild auf. Hast du irgendwie Verbänder oder sowas? Nein, grad nicht. Du willst mir doch, ich mach den Schild auf voll. Also, hä, wie, wie, das war nur ein Schild? Ach nein, also, das lädt sich langsam auf. Ja. Ja, weil du halt so lau bist jetzt. Den kannst du auch noch... Ja, komm, pfeffle den auch noch rein. Warum nicht? Ja, das ist auch noch für Schild. Ich will auch noch hier zu verpannen. Gibt's hier halt, ich find grad echt keinen verpannen. Zu deiner Hauptwaffe, Crippen. Ja, ich verschüsse. Von da hinten. Guck mal, ob du da dich... Ob du dich hinschleichen kannst. Äh, wenn du ganz nah vor ihm bist, ohne Visieren zu schießen. Mhm. Ja, mach die Tür auf. Hier ist aber gerade keiner. Hier ist schon irgendwo einer, aber ich weiß auch nicht wo. Ja, und ich will es auch grad nicht wissen. So, alles sind gelootet. Naja. Schlecht. Alter, die waren ja überall lang. Also, save. Äh, save da oben. Pass auf, dass du dich haltest nicht von oben irgendwie. Und auch halt dich verdeckt. Äh, Zone. Äh, beeil dich jetzt. Du hast drei Sekunden. Du rennst jetzt in die Zone. Fuck. Sonst stirbst du. Weil die zweite Zone, die macht gut. Und da ist ein Berg. Nicer. Fuck. Da baut niemand. Heißt, da wacht grad niemand. Fuck. Egal, du musst trotzdem jetzt in die Zone. Ja, dann hau auch los auf das. Ja, okay. Da ist es gleich drin. Der Typ hat viel zu viel Glück. Ich hab echt viel zu viel Glück. Das gibt's nicht. Ich vermute, dass jetzt noch irgendwo einer ist. Weil der hat frisch gebaut. Also, die Blöcke haben gerade noch. Ja, wahrscheinlich. Äh, mach mal kurz Tab auf. Und guck mal, wo die Zone Mitte das nächste sein könnte. Also, von einem Kreis musst du halt berechnen. Und dann läufst du da ungefähr hin. Also, es kann auch manchmal anders sein. Okay. Äh, ja. Das ist, was du meinst. Ich sollte mir teillassen. Einfach gucken und hinklicken. 35 Sekunden. Die Zone wird jetzt immer kleiner. Also, weiter gucken, dass du im Kreis läufst. Und du wirst verschachsen. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht drehen. Verstell dich hinter dem Baum und guck. Der war von hinten. Hinter dem Baum. Nicht vor dem Baum. Da. Jetzt Visier, mach ihn weg. Visieren. Er baut. Ja, wenn du... Wenn er baut, dann lass. Die sind zu zweit. Von links, von links, von links. Von links. Shotgun. Oh, das war das... Nein, ich bin so schlecht. Oh, Mann. Ich bin auch scheiße. Nein, aber in meinem Sinne, wir haben Platz 10. Du warst auch Platz 10. Ach ja, ich war Platz 10. Aber ich hab zwei Leute gemacht. Mehr als ich erwartet hab. Äh, mehr als ich. Nein, es kommt drauf an. Darauf kommt euch nicht drauf an, wie viele Teams es gibt. Alter, sind die alle... Bro, Alter, das ist ja nicht normal. Wir haben zu viel Zeit. Ihr habt zu viel Zeit. Ach, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Movement Hong Kong ... Wir gehen.